Nachdem er in Stalingrad gefangen genommen worden war, wurde Paulus zusammen mit anderen deutschen Generälen in der Stadt Sustal gefangen gehalten. Man hoffte, dass er mit den Sowjets kollaborieren und sich gegen das Naziregime aussprechen würde. Zunächst leistete er Widerstand, aber nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler erkannte Paulus, dass es für Deutschland am besten wäre, wenn der Krieg beendet und Hitlers Wege umgekehrt würden. Er trat der Organisation Freies Deutschland bei, um seinen Widerstand gegen die Nazis zu verstärken. Nach Kriegsende sagte er bei den Nürnberger Prozessen aus und wurde nach Russland zurückgeschickt, bis er 1953 schließlich nach Ostdeutschland zurückkehrte. Bevor Paulus 1957 starb, hielt er in Dresden mehrere Reden und Vorträge über seine Zeit im Krieg. Er wollte Antworten auf die Memoiren anderer Generäle schreiben, verstarb aber an Krebs. Bevor er dazu kommen konnte.